Hi Willkommen bei TwigPC. Für alle die neu im Kanal sind und hier ein Unboxing oder ähnliches erwarten, da seid ihr hier vollkommen falsch. Wir testen die Netzteile wirklich und das auf Herz und Nieren. Die Liste unseres Equipments, das wir dafür verwenden ist lang. Dazu gehört auch eine eigene Chroma Netzteil Teststation. Diese kommen zum Beispiel auch ähnlich bei den Netzteil Herstellern zum Einsatz. Wenn euch die Messgeräte interessieren, eine Liste findet ihr im dazu gehörigen Artikel. Ich fasse hier im Video die Testergebnisse zusammen. Falls euch etwas Bestimmtes interessiert, schaut in die Timeline. Und falls ihr dort nicht fündig werdet, dann schaut bereits in den erwähnten Artikel. Der ist noch mal deutlich ausführlicher als das Video hier. Im heutigen Video schauen wir uns das Seasonic Prime GX an mit 850 Watt Leistung. Das Netzteil ist vollmodular, die Kabelausstattung blende ich euch jetzt oben hier im Video ein. Und zu Seasonic selbst als Hersteller muss man heute kaum noch was sagen, dürfte den meisten ein Begriff sein. Kommen wir zu den Spezifikationen, die sind Seasonic typisch. Das Prime GX ist ein Single Ray Netzteil, das auf eine 12V Leitung setzt, die insgesamt 70 Ampere bereitstellen kann. Auf 3,35 Volt haben wir kombiniert 100 Watt, das sollte für die heutigen PCs ausreichend sein. Schauen wir uns mal an wie zuverlässig die Schutzschaltung beim Prime GX greifen. Bei Überlastung schaltet die OPP bei 1131 Watt ab und bietet damit mehr als ausreichend Puffer. Die Spannung auf der 12V Leitung fällt um 0,27 Volt herab auf 12,09 Volt. Das Spannungsabfall ist zwar etwas höher als das was wir von High End Segment gewünscht sind, beziehungsweise eigentlich wo wir schon eher höher gewünscht sind, aber die 2% Spannungsabfall sind weit innerhalb der Artifix Spezifikationen und unbedenklich. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen, schaltet bei Überlastung der 12V Leitung das Netzteil bei 1157 Watt ab, beziehungsweise 95 Ampere. Der Spannungsabfall ist hier unauffällig. Die OCP auf der 5V Leitung schaltet bei 29 Ampere und auf 3,3 Volt bei 28 Ampere. Damit bieten beide mehr als ausreichend Spielraum. In beiden Fällen ist auch die Spannung eher unbeeindruckt. Auf Kurzschlüsse reagiert das Prime GX unproblematisch, hier gibt es auf keiner der relevanten Leitung etwas zu bemängeln. Kommen wir zum Wirkungsgrad und beginnen bei 115V Eingangsspannung um die 80 Plus Zertifizierung zu überprüfen. Das Prime GX liegt weit oberhalb der Anforderung für 80 Plus Gold. Das Netzteil ist für seine Klasse bei geringen Lasten sehr effizient und liegt hier sogar oberhalb der Anforderung für 80 Plus Platinum. Es reicht bei etwa 30%iger Last mit 91,8% den höchsten Wirkungsgrad. Ab 40% Last fällt dieser aber unter Platinum Anforderungen, bleibt aber sieg wenig bekannt oberhalb von 80 Plus Gold. Bei der für uns in Europa wichtigen 230 Volt Eingangsspannung ist der Kurvenverlauf etwas flacher. Interessant ist, dass das Netzteil bei 20% und 100% Last eigentlich die Anforderung für 80 Plus Platinum bei 230 Volt erfüllt. Nur bei 50 Plus Entlast fehlen mit 93,2% etwa 0,8% zu Platinum. Der höchste Wirkungsgrad mit 93,4% wird zwischen 30 und 40% Last erreicht. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ab 35 Watt Last bei 80% und ab 95 Watt sogar schon beim Wirkungsgrad von 90%. Kommen wir zu dem Spannungsverhalten des BMGX. Bei der Spannungsregulation bleibt der Spannungsabfall auf 3,3 und 5 Volt unter 1% und auf der 12 Volt Leitung um 0,6%. Das ist nur geringfügig schlechter als beim Prime Titanium. Und für ein Netzteil aus dem Mittelsegment bzw. aus dem Goldsegment sind das hervorragende Werte. Einzig die 5 Volt Spannbyte Leitung fällt mit 3% etwas aus dem Rahmen. Aber einerseits ist das weit innerhalb der Spezifikation für diese Leitung und andererseits ist diese sowieso nicht so relevant. Bei Crossload Lasten, also wenn die verschiedenen Leitungen unterschiedlich stark belastet werden, verändern sich die Werte nur unwesentlich. Einzig die 12 Volt Vail 4 steigt hier auf 1% Spannungsabfall. Das ist aber wirklich eher Jammern auf sehr hohem Niveau. Kommen wir zur Restwelligkeit. Auf den 12 Volt Leitungen liegt diese zwischen 4 Millivolt bis maximal 33 Millivolt. Erlaubt sind sowieso laut ATX Spezifikation 120 Millivolt. Also sind das immer noch sehr gute Ergebnisse. Auf 3,3 und 5 Volt sind es 13 Millivolt bis maximal 25 Millivolt. Beide Leitungen liegen damit deutlich unterhalb der zulässigen 50 Millivolt Grenze. Die Ergebnisse sind damit mehr als gut. Kommen wir zu der Lautstärke. Hier im Bild sehen wir 3 Kurvenverläufe. Das Prime GX ist wie eigentlich schon seit längerem Seasonic typisch semi-passiv. Die Lüftersteuerung ist Last- und Temperatur gesteuert. Seasonic bezeichnet sein Lüfterverhalten bzw. die Lüfteransteuerung als Hysteresekurve. Einfacher gesagt hat die Lüftersteuerung nicht nur einen An- und Abschaltpunkt für den Lüfter. Sondern mehrere die auch versetzt sind. So versucht der Hersteller diesen manchmal bei Netzteilen auftretenen An- und Auspack zu verhindern. Das ist ein Problem das bei semi-passiven Netzteilen auftreten kann. Wenn die Last genau diesen Punkt trifft wo der Lüfter ein- und ausgeht. Und dann hat man diesen An-Aus-An-Aus-An-Aus. Schauen wir uns aber diese Lüftersteuerung genauer an. Es dauert länger bis das Netzteil sich aufheizt. Und auch die entsprechende Last also das Netzteil auf Temperaturen bringt. Somit startet der Lüfter relativ spät und die Drehzahlsteigerung ist geringer. Das ist dann die rote Kurve hier. Erreicht das Netzteil eine hohe Last über mehrere Zeit und damit auch eine Betriebstemperatur fallen die Drehzahlen dann höher aus. Maximal dreht der Lüfter etwa mit 1200 bis 1300 Umdrehungen pro Minute. Damit wird das Netzteil zwar wahrnehmbar aber nicht wirklich störend laut. Bei 600 Watt Last fährt der Lüfter auf 600 Umdrehungen pro Minute. Und sollte aus den meisten Systemen hier nicht mehr wahrnehmbar sein. Unter 350 Watt schattelt dann der Lüfter ab. Und die dritte Kurve zeigt das Verhalten des Netzteils im aktiven Modus. Also wenn der semi-passive Modus ausgeschaltet wird und der Lüfter permanent läuft. Schauen wir uns mal jetzt die Temperaturen an. An den Kabeln oder dem Gehäuse erreicht das Netzteil bei Volllast etwa 36 Grad. Das ist ja unbedenklich. Es gibt aber einen kleinen Hotspot an der Unterseite der etwa 60 Grad erreicht. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei Seasonic. Der Hersteller verwendet oft bei Netzteilen ein Wärme-Lightpad. Und benutzt sozusagen das Gehäuse des Netzteils als Passivkühler. Somit ist das eigentlich gewollt. Am Trafo im Innenraum des Netzteils erreicht das Netzteil 80 bis 90 Grad. Das erscheint auf den ersten Blick relativ hoch. Ist aber unbedenklich für den Trafo. Kommen wir zum Fazit. Mit dem Seasonic Prime GX 850 Watt hat der Hersteller eigentlich ein rundum gelungenes Netzteil im Angebot. Mit dem man eigentlich nicht wirklich viel falsch macht. Beim Wirkungsgrad erreicht das Netzteil in einigen Punkten Platinum Niveau. Besonders bei 230V Eingangsspannung. Da fehlt es die Voraussetzung nur bei 50% Last um 0,8%. Die Spannungsregulation ist Seasonic typisch gut. Zwar nicht auf dem Niveau der Titanium Modelle. Aber verglichen mit anderen Golden und Platinum Netzteilen schon relativ gut. Die Restfalligkeit ist unauffällig und weit innerhalb der Spezifikation. Bei der Lautstärke gibt es auch nicht wirklich viel zu meckern. Bis etwa 50% Last dreht der Lüfter gar nicht. Und bis 600 Watt Last sollte das Netzteil aus den meisten Systemen nicht wirklich wahrnehmen sein. Bei Volllast, die das System auch erreichen muss, wird das Netzteil aber dann wahrnehmbar. Damit sind wir am Ende des Tests. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann und sage dann bis zum nächsten Netzteiltest. Wir sehen uns auf Radio-Callام learned. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen unsazo wichtige fishing am nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal – Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.